Zack und da geht auch direkt wieder der nächste rein. Ich bin hier mal wieder am Nordmeer unterwegs. Es wird mal wieder Zeit, denn ich habe schon lange wieder Bock aufs Meeresangeln und zwar einfach mal mit den Gummimacks. Ja, es wird mal wieder Zeit fürs Nordmeer mit Gummimack hier und zwar am 80 Meter Loch an der 80 Meter Sandbank und hier jetzt gerade verschiedene Gummimacks schon getestet und mittlerweile, und jetzt ist das der zweite, dritte Auswurf, einfach nochmal eine Nummer größer reingegangen. Nochmal die größeren Gummimacks im Test jetzt und es scheint so, als ob auch die Brocken, naja, ein bisschen größer werden. Lump haben wir natürlich immer und überall, den wollen wir nicht zwingend. Das heißt, wir gucken mal eben, ich bretere nochmal ein bisschen hier hoch, das heißt, wir korrigieren nochmal eben den Spot etwas, denn die Lumps, die wollen wir nicht. So, jetzt fahren wir, genau, wir fahren jetzt mal hier so in diese Area mehr und Stopp. Genau. Und dann hier in dem Bereich auch direkt wieder raus. Das Schöne ist, super schnell ausgeworfen bzw. super schnell Grundnähe erreicht mit der Entbleimontage. Richtig, richtig nice. Gerade im Chat hat der Wenx auch noch geschrieben, dass er hier unterwegs ist am 80er. Hatte einige Rotbarsche auch dabei. Da hatte ich am Anfang nur ein paar ganz kleine. Das war mir allerdings ein bisschen zu wenig. Dann war hier schön eine Doggerschabe dabei. Ein paar Lumps. Dann bin ich weiter nach oben in den Norden abgetrieben. Da kamen auf einmal die ganzen Köhler. Da bin ich dann natürlich wieder schnell weg. 3,4er Dornhai ist natürlich auch nicht schlecht. Die nehmen wir doch gerne mit. Und jetzt gerade eben, wie gesagt, nochmal ein bisschen größer reingegangen auf die 8 Nuller. Hier unten waren die 6 Nuller. Und jetzt hier mit den 8 Nullern ballern auch nochmal ganz andere rein. So, nochmal eben hier auf Spannung. Zack, Bewegung in Grundnähe. So soll das sein. Und dann gucken wir mal, was hier geht. Es braucht natürlich immer so ein bisschen Zeit. Also mit dem Gummimack angeln. Einfach nur so. Ohne Pilker. Einfach nur mit der Entbleimontage. Bedeutet, bommeln lassen das Ganze. Einfach nur hängen lassen. Vielleicht mal zwischendurch so ein bisschen gezuppelt. Aber eigentlich Bewegung in Grundnähe und gut ist. Und dann heißt das ein bisschen abwarten. Und hoffen, dass da wieder was reingeht. Man kann natürlich auch so ein bisschen Bewegung noch irgendwie machen. Manche ziehen das ja so von links nach rechts oder laufen so ums Boot herum. Aber ich denke, einfach so über die Zeit wird da schon einmal wieder was reingehen. Und bisher war das auch so. Klar, es waren auch mal zwischendurch 2-3 Minuten, wo man nichts ging. Also nicht so richtig im Minutentakt, dass hier was reinballert. Das liegt allerdings oder möglicherweise natürlich dann auch an den verschiedenen Farben. Und jetzt gucken wir gerade mal eben rein. Ich habe jetzt gerade nochmal alles umgestellt. Alles auf die gleiche Farbe und komplett eben hier auf die 8er in grün. Und da ist der nächste drauf. Zack, ran damit. Und dann gucken wir auch hier mal, was da reingegangen ist. Der letzte jetzt, der kleine Köhler, war auf den grünen tatsächlich. Grün-Weiß, dem Eel. Das ist natürlich nicht so interessant. Und ich glaube, ich teste gleich auch einfach nochmal, um auch ein bisschen mehr Action vielleicht zu haben. Einfach nochmal eine andere Montageart. Und nehme dann hier mit den Seitenarmen dann einfach nochmal die Gummimucks mit ran. Vielleicht einfach mit dem Pilker. So, was haben wir hier? Steinkühler. Nicht schlecht. Nehmen wir gerne mit. Steinkühler immer ganz gut, auch von der Kohle her. Also das lohnt. Gucken wir einfach hier mal eben. Wir bauen mal gerade um. Gehen ganz normal jetzt hier auf die Pilkmontage. Nehmen den großen oder den größtmöglichen Pilker. Wobei, ich glaube, ich nehme mal diesen hier. Das sollte doch eigentlich ganz gut gehen. Oder den mit 400 Gramm. Das heißt, das Absinken wird natürlich deutlich länger dauern, weil die jetzt nicht so groß sind. Achterhaken jetzt hier drauf. Lockmittel. Ich bleibe auch mal in diesem bläulichen. Und wir machen hier vielleicht sogar nochmal ein bisschen extra was dran. Na, nehmen wir einfach mal den hier. 21. Das ist jetzt nicht so klein. Filet lasse ich weg. Und hier bei den Beifängern dann auch wieder schön auf die Gummimax. Wir fangen hier einmal mit Blau an. So, dann haben wir hier die Leuchtperlen dran. Auch gut. Dann kommen hier bei den Beifängern. Machen wir auch die 8.0 nochmal in Rot. Auch mit den Leuchtperlen. So, das Ganze sieht dann schon mal ein bisschen anders aus. Und hier in Grün das Ganze. Und ich glaube, dann haben wir so die wichtigsten, die wichtigsten und, ja, ich sag mal die gängigsten Farben, glaube ich gerade. Pink würde auch mal wieder noch ganz gut funktionieren. Aber wir testen einfach mal jetzt hier am Seitenarm die Gummimax. Ja, und guck, wieder hier im oberen Bereich. Hier hatte ich jetzt gerade auch vorhin schon die ganze Zeit die Steinkühler. Ich fahre direkt mal wieder zurück. Die will ich einfach nicht haben hier. Die Steinkühler, die normalen Köhler. Die normalen Köhler waren hier oben. Also direkt wieder hier vorne hin. Hier die Area muss ich auch nochmal testen. So ein bisschen weiter am rechten Rand. Denn da waren auch eine Zeit lang ganz gut die Hechte. Die Seehechte. Und das wäre natürlich der Oberhammer. Wobei mir an und für sich die Barsche komplett genügen würden. Wenn ich hier irgendwie die Rotbarsche kriege. Absolut ausreichend. Ansonsten natürlich für Rotbarsch immer auch hier 120 Meter Loch. Oder selbst hier am 170er. Da waren ja einige zuletzt auf Rotbarsch ganz erfolgreich. So. Und Grundnähe erreicht. Hier ist es sogar ein bisschen tiefer als 80. Aber jetzt können wir hier auch wieder ins Pilken reingehen. Jawohl. Und haben hier ein bisschen Action. Ja, das dauert natürlich deutlich länger als mit der Endbleimontage. Gerade diese Endblei. Zack. Diese Grundmontagen. Die wurden ja nochmal von der Absinkgeschwindigkeit ein bisschen gepimpt. Das heißt, das geht nochmal ein bisschen schneller runter alles. Also das lohnt sich dann doch. Gerade wenn man in größerer Tiefe unterwegs ist. Aber 80 Meter ist immer noch im Rahmen. Und auch mit dem Setup her. Da könnte man immer noch auch mit einem normalen Pilgsetup hier hingehen. Und eben auf die kleineren Fische hier einfach pilgen. Ja, hier können auch mal die größeren Brocken reingehen. Aber ich denke mit einer Abtagara-Stärke oder sowas sollte das doch gehen. Kleiner Rotbarsch. Aber auch wirklich in klein. Und direkt nochmal gucken. Auf dem Gummi-Mag 0-1. Sollte ich jetzt umbauen hier direkt. Gummi-Mag 0-1. Der rote. Ich werfe nochmal aus. Wir testen direkt noch ein zweites Mal. Wenn jetzt gleich wieder auf den roten Gummi-Mag der rote Rotbarsch drauf geht. Ja, da baue ich natürlich wieder um. Und zack, direkt der nächste. Das ist nicht schlecht. Also frequenzmäßig scheint es mit dem Pilger deutlich, also wirklich deutlich schneller zu gehen. Also wenn mit Gummi-Mag dann vielleicht doch lieber mit dem Pilger, dass man eben hier auch pilgen kann. Und dass da wirklich auch irgendwo eine Aktivität herrscht. Oder zumindest eine Art Führungsstil, dass man sagt, jo, alles klar, ich pilke hier mit Gummi-Mag. Denn mit dem Endblei, hm, naja, so drei Minuten warten auf einen Fisch oder mehr ist schon wirklich viel. Das ist schon wirklich viel. Gerade wenn dann irgendwie welche, ja, ich sag mal, irgendwelche Untermassungen oder kleinen Fische rangehen, dann lohnt es sich ja noch nicht mal mehr, ne? Also im Großen und Ganzen kann das schon richtig geil sein mit den Gummi-Mag. Aber wie gesagt, ich glaube, na guck, ich glaube am ehesten eben mit der Pilg-Montage einfach hier Pilg-Montage wieder main und dann gebe ihm. Theoretisch könnten wir jetzt natürlich auch hier wieder einen richtig großen Brocken dranhängen. Nehmen wir mal hier den Jig-Meister zum Beispiel. Gehen hier auch richtig gut und groß rein. Wir haben ja hier immerhin ein großes Setup. Also testen wir das Ganze auch. Und hier nehme ich einfach mal einen 15er in Schwarz mit dran. Silbrig-Schwarz hier gerade unterwegs. Zack. Und dann fliegt das Ganze eben auch hier, je nach Setup natürlich, aber deutlich schneller nach unten, ne? Wenn man hier mit einem Kilo an Gewicht dran ist, dann läuft das natürlich. Boom! Jawohl! Und direkt erstmal reingehen hier. Da hat einer auch ein bisschen mehr Bock. Jawohl! Nehmen wir also auch gerne mit. Gucken wir mal. Also auf dem Pilger jetzt hier mit dem Silbrigen scheint es auch richtig gut abzugehen. Ähm, ich würde sagen, beste Methode, wenn mit Gummi mag, dann am besten mit dem Pilger. Denn da ist einfach ein bisschen mehr Action. Da geht einfach mehr. Alter, Falter. So, gucken wir mal, was jetzt hier noch dran ist. Hoffentlich nicht schon wieder ein oller Lump. Die reichen doch mittlerweile. Ja, und so kann man dann, glaube ich, auch schön hier auf 120er. Auch da werde ich gleich mal testen. Aber 80er, schön in Grundnähe, hat auch bisher richtig gut geklappt. Und ich werde hier, jo, eins nach dem anderen durchmachen, eins nach dem anderen durchziehen. Und wie gesagt, jetzt ist erstmal wieder Gummi mag angeln dran. Und Lump angeln. 10 Kilo, verdammter Lump. Jo, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer live ab 19 Uhr. Und auf YouTube auch zur gleichen Zeit, Montags, Mittwochs und Freitags live auf YouTube. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.